Wir legen uns auf den kalten Kirchenboden. Wir legen uns auf den kalten Kirchenboden. Wir legen uns auf den kalten Kirchenboden. Wir haben sich viele Kugeln dabei. Wir legen uns selbst auf dem Kugeln in der Kirche. Wie geht's mit ihm? Ach so. Ihr sagt uns einmal dies und dann sagt ihr uns das. Und nichts können wir gerecht werden. Was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles. Ihr könnt alles. Wir sind von selber gekommen. In deine Kirche gekommen. Ja. Ein schutzfähender Zugang. Bitte helfen Sie uns. Gott. Bitte helfen Sie uns. Wo werden wir übermorgen sein? Möi. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo. Norddeutscher Rundfunk 2020 Wieso, bitte, wieso sind Sie hier zorgig auf uns? Wir sind längst schmerzgefreundet. Ja, aber was haben wir hier getan, dass Sie uns in Angst heilen? Angst überall. Angst. Angst vor den Meilen, die ich verließ, dass ich wieder zurück muss. Vor Ihnen aber noch mehr Angst, dass ich bleiben muss, dass ich nicht bleiben darf. Angst, 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 Angst Wir rufen flehend in dieser Straße, die wir nicht kennen und können. Schauen Sie! Ja, Sie! Schauen Sie! Ja, Sie! Alle tot. Nur ich nicht. Ich bin jetzt da. Und was machen Sie mit mir? Ich bin da. Was machen Sie mit mir? Nur ich bin hier und nicht dort. Aber hier, angewiesen auf meine Erinnerung, sind alle tot. Sind sowieso woanders tot. Sowieso tot. Ich bin der Letzte. Egal. Egal. Nicht legal. Legal. Egal. Nicht legal. Trotzdem, wir flehen. Wir flehen wieder da oben. Hallo! Den Kopf haben Sie meinen beiden Cousins abgeschnitten. Ist das nicht furchtbar? Man hat Vater, Mutter, alle Geschwister umgebracht. Aber die Toten gelten nichts und sind nichts. Auf die Toten können wir uns nicht berufen, wenn wir ein Aufenthaltsrecht ableiten wollen. Warum also sollte ich als Letzter noch leben? Das verstehen Sie nicht. Ich verstehe es auch nicht. Fortscheuchen. Menschen, die einst gezeugt und geboren wurden, wegscheuchen. Das können wir. Aber die Toten gelten nichts und sind nichts. Auf die Toten können wir uns nicht berufen, wenn wir ein Aufenthaltsrecht ableiten wollen. Ableiten, rausschmeißen und dann weg mit ihnen. Ableiten, rausschmeißen und dann weg mit ihnen. Ableiten, rausschmeißen Nachgeben müsst ihr, und aus der Tür wird ja endlich gehen. Nachgeben müsst ihr, glücklich, fremd, bedürftig hier, so wie ihr seid. Nachgeben müsst ihr, nachgeben müsst ihr, nachgeben müsst ihr, nachgeben müsst ihr. Und da steht euer Gott also nicht beschwingt herum, tausende Stattungen von ihm, vielleicht hilft er uns ja, obwohl nicht für uns zuständig, den sie da einfach so hergehängt haben. Ja, er hängt also da, der arme Kerl, hat auch nicht viel Glück im Leben gehabt, egal, wer kann nicht stecken jetzt im Deck. Was sollen wir machen? Wir haben an feilige Städte uns gesetzt, wie ein Taufenschwarm. Ich bin der Floh! Ich bin der Floh! Ich bin der Sport! 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 Sch studenten Schendoe Wir, wir, wir behörden nicht hierher. Wir sollen zum gemeinsamen Wohlstand beitragen. Wie geht das? Wie geht das? Welchen Wohlstand? Wir haben von ihm zwar schon gehört, wir haben ihn sogar gesehen. Wir sind ja nicht blöd. Wir schauen uns rum. Aber wie geht das mit dem Wohlstand? Wenn er gemeinsam ist, dann müssten doch auch wir ihn haben, zumindest bekommen können. Nachdem die Menschen morgen den Ungeheuer bei uns, nein, nein, daran sind Sie nicht schuld. Das werfen wir Ihnen nicht vor. Wir werfen uns dieses Wohlstand vor. Nachdem wir uns alles genommen haben, müssten wir doch irgendetwas wieder bekommen können. Es müssten uns doch etwas zugänglich sein. Irgendwas müssten wir doch kriegen. Stattdessen nennt ihr uns eine fluchempörte Wut. 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 Wie viele? Ausländerwut. So nennt ihr uns. Wir sind Bauern gewesen, wir sind Ingenieure gewesen, wir sind Ärzte gewesen, Wissenschaftler. Wir sind etwas gewesen, jawohl, was auch immer. Wir wollen immer bloß herkommen. Immer kommen, nie gehen. Hier steht's. Aussehen und Herkunft haben hier, wo sie ankommen, kein Platz. Und das stimmt. Bei uns haben Aussehen, Diskriminierung, Rassismus keinen Platz, hat Herkunft keinen Platz. Der Rassismus hat auch keinen Platz bei uns gefunden und muss jetzt stehen. Achtung, die Menschenwürde kommt jetzt auch. Da kommen sie. Machen sie ein Foto. Schnell. Schnell, bevor sie mehr weg ist. Mit dem der Steffen. Mit dem der Steffen. Schnell, wenn sie mehr weg ist. Etwa, Schwerda. Mein Name ist Prinz. Mein Name ist Paulis. Sie hat keiner genug, die ewige Unabte wird. Gehen Sie zurück mit Ihrem blöden Zweig zu Ihrem Gott. Gehen Sie bitte mit Ihrer Sippe. Sterben Sie bestimmt in Schlingen, in Sollingen. Gehen Sie bitte mit Ihrer Sippe. Ich bin Andreas. 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 Als wir in Tripoli in Südien auf das Boot schliegen, hatten wir die Wasser, die genug zu essen und auch noch eine kleine Tasche von mir. Dann kamen die Bälle und schlöpften mir alles ab. Meine Tasche, mein Handy und ich hatte weder Wasser noch Nahrung. Ich musste um Wasser wechseln, müssen wir jetzt nicht jemals einen Schluss klar haben. Von da an waren es noch drei Tage überfahren nach Lampedusa. Die letzten beiden Tage auf dem Mittelmeer musste ich Hunger und Schürzen. Ich war so schwach, dass ich nur noch schlief. Andreas, wach auf, wir erreichen Italien. Ich fragte, bist du sicher? Er sagte, ja. Ich kam dann wieder zu mir und sah die Lichter von Lampedusa. G simply super! viteх,zaak. Schlt an, wird gestoet. Versuch uns die Lichter hat und schlöpsen, die ist ja, die Ohren nef zu sehen wie Baby, in Locken. Z Geist Steffen Ing 75 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir folgen Ihnen gern. Wir sind schon weg. Bringen Sie uns fort. Egal, wie Sie dabei verfahren. Egal, ob verfahren oder keins. Egal, ob irgendwas oder nicht. Jagen Sie uns fort. Schaffen Sie uns weg. Egal, wie das Verfahren gegen uns ausgeht. Gott, wer erwart sich unserer? Wer erwart sich unserer? Unselige, Irrgetriebenen, halb Tier, halb Mensch. Gar nichts Mensch. Gar nichts. Wer erwart sich? Und das Letzte, das sind wir. Wir haben keine Verdienste und keine Verdienst. Wir haben auch Schwächen. Wir haben nur Schwächen. Wir sind und werden keine Bürger. Wir haben auch keine Gürden. Wir haben nichts. Für uns spricht niemand. Und selbst sprechen wir auch nicht. Nein, auch unsere Toten sprechen nicht. Und schon gar nicht für uns. Genau wie unsere Taten. Die sprechen vielleicht, aber nicht für uns. Wie sollten sie auch? Sie sind weit fort, unsere Taten. Und unsere Toten sind weit fort. Weiter geht's nicht. Ihm wurde der Kopf abgeschnitten. Nein, nicht den Taten. Wir sind einfach nur da. Und alle sind tot. Wer auch schon, Walter? Sie werden sehen. Freuen Sie sich ruhig zu früh. Und wenn wir weg sind, können Sie sich noch einmal freuen. Und immer wieder freuen, dass wir weg sind. Dass Sie diesen Konflikt gewaltfrei benutzt haben. Das ist die lebende Zivilcourage. auch schon. Und wenn Sie sich noch auf bisschen rechts und neuempre. Wir sind die Unangekündigten, die Schutzpflegenden, die festgelagert sind. Nein, nein, die nicht. So was würden wir mit uns denn doch nicht machen lassen. Das kann von uns aus ihr Gott machen. Wir machen es nicht. Mitleidisch schauen nur weniger auf uns. Andere thronen über uns und sehen uns auch, obwohl sie genau über uns sind. Die müssen uns sehen. Sogar aus einem Flugzeug müssen sie uns sehen. Sogar als Adler. Doch nein, nein, sie wenden sich ab. Schauen woanders hin. Das war war scharf wie immer. Die Gier nach Jagen, die ist stärker, ist immer stärker. Doch sie sehen uns nicht. Die Waage schwankt. Sie senkt sich mit uns. Wir wurden aus dem Kühlschrank genommen. Die Jagen ist lange vorbei. Da liegen wir also. Ein paar Stück Fleisch. Und es geschieht jetzt. Das heißt, ist vielleicht schon geschehen, wenn sie es sehen. Was verhängt uns von Geschickraben? Nämlich das Ende. Das Verschwinden. Das Verschwinden. Das Wegwenden von uns und zwar beidseitig. Nach der einen Seite wenden und dann nach der anderen. Das hält uns bewegt. Gut. Das Ungerührtsein von Gerührten. Von über Katzenvideos Gerührten, von Hunde-Babys Gerührten. Uns verrückt, nahe schon die Zukunft. Doch, obwohl verrückt, sehen wir sie. Wir haben auch schon den Abgrund der Gründe, war gar nicht so schlimm. Einen Grund haben wir nicht dafür gehabt. Wir wollten einfach nur schauen. Es ist nicht. Wir sind gar nicht da. Wir sind gekommen. Doch wir sind gar nicht da. Wir sind gar nicht da. Applaus 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 Moi je suis d'origine marocain Marocain Et pourquoi est-ce que vous êtes réfugié ? Oui, moi-même, j'étais à Libye Après j'ai quitté Libye A cause de la guerre Après je viens d'Italie Pour moi c'est la mort Comme je l'ai dit, goutte à goutte Parce que c'est pas une bonne vie ça La question est Pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Maintenant Je cherche mon futur C'est simple Parce que depuis Libye Je travaille toujours J'ai aidé ma famille Parce que j'ai deux enfants J'ai une famille au Maroc Ma mère et deux soeurs J'ai tout le monde Et maintenant je sais pas comment je fais pour moi-même Parce que maintenant Et ma vie J'ai eu un�oui J'ai eu un ému D'accord Merci J'ai eu un ému Vielen Dank.